Es hat sich gelohnt, dass ich die Kamera jetzt nochmal eingestellt habe, nur für das. Oh ja, und auch, oder? Ich meine, Logo und es ist super. Ja, hallo! Hallo Internets, herzlich willkommen. Genau, was haben wir das letzte Mal gelernt? Das ist der allgemeine Pfingstgruss, oder wie ging das? Schöne Pfingsten. Wir machen es mal. Das ist jetzt einfach der allgemeine Hallo-Gruss. Ja, hallo! Hallo! Sali Bojan. Sali Sven. Herzlich willkommen zum Fotografie-Stammtisch, Episode Nummer 28. Und damit auch bereits unsere 11. Video-Episode. Ist das so? Hast du noch erzählt? Sind es 11? Ja, ich war vor kurzem mal im Internet, in dem ominösen... Ja, und dort habe ich das recherchiert. Ich habe euch selber recherchiert, das ist geil, oder? Okay, das ist super. Einer muss es ja machen. Wenn es andere nicht machen, muss es einer machen. Als wir gerade bei Neuem sind, also Internet ist ja immer noch Neuland, haben wir noch mehr Neues. Wir sind quasi an einem neuen Ort, wie ihr da seht. Ja. Wir hatten eine super Idee. Und wir sind jetzt in einem geheimen... Atomschutzbunker. Es ist ein Atomschutzbunker. Genau. Ich hoffe, man hört das Rauschen der Klimaanlage nicht so wahnsinnig. Respektiv von den Bombern, die oben durchfliegen. Ja, genau, genau. Und ja. Wir sind nicht nur in einem Bunker, sondern wir sind auch eigentlich im Zweiten Weltkrieg. Also wir sind in der Zeit gereist. Also schon wieder in der Zeit gereist. Ja. Aber wohin, sagen wir nicht genau. Trotzdem haben wir News. Wir haben News. Nämlich... Ja? Nein, FC. Ja. Nein, sag doch doch noch schnell, um was das in dieser Folge gehen wird. Ah! In dieser Folge? Weil das ist ja das Thema für dich. Nein, komm, sag doch zuerst deine News. Also gut. Ich habe mir da schon eine Leitung bereit gelegt. Leitung gelegt. Leitung gelegt. Leitung gelegt. Eine Leitung gelegt. Und zwar habe ich für euch etwas wieder einmal im ominösen Internet entdeckt. Und zwar ist das ein Stop-Motion-Video. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, das Stop-Motion-Video ist jetzt nichts Neues im Zoo, oder? Ja, das Stop-Motion-Video ist jetzt nichts Neues, oder so. Aber das ist wirklich anders. Und ich möchte euch das jetzt hier mal schnell zeigen. Das sieht so aus. Also ihr... Ich spiele jetzt einfach ein bisschen... Vielleicht weisst du das Ganze... Ja, ja. Jetzt machen wir das. Big enough. Es ist picture in picture in picture. Yeah. Und äh... Es ist so Comic-Style-mässig gemacht. Und wirklich... Sehr... Äh... Ja... Comic-Style und lustig. Und es sind eigentlich alte Leute in einem... Altes Heim, wo... Hm... Eigentlich wollen sie jung sein, aber das geht halt nur mit der richtigen Musik. Und wenn sie sich dann aber wieder... Äh... Jetzt fangen sie dann an und... Äh... Äh... Ist das der Elvis denn? Ist das der echte Elvis? Das ist der echte Elvis. Und jetzt geht es weiter, oder? Und äh... Die zwei Typen konkurrenzieren jetzt da. Ah, das sind Oldies, oder? Ja, ja. Es sind eben Old-Oldies. Und ähm... Ah... Wirklich sehr schön gemacht... James Dean, oder? Ja. James Dean... Wer ist denn sie? Kann man sie? Ich glaube nicht. Aber es ist wirklich sehr schön gemacht. Und... Ähm... Es ist auch die Pflicht, dass man bei so einem aufwändigen Video noch ein Making-of macht, oder? Genau. Ähm... Machen wir ja auch. Behind-the-Scenes. Weil man so aufwändige Videos macht. Videos. Videi. Was ist die Mehrzahl? Videis. Schon Videos. Ja. Podcasts. Auf jeden Fall, äh... Den Link können wir euch natürlich verlinken. Und dann könnt ihr das auch mal reinziehen. Ist also wirklich ein... Sehr cooles Filme. Wenn ihr Internet habt... Könnt ihr ja vielleicht auch mal... Das ominöse Internet. Ja! Eben... Wir sind ja eigentlich bei den News immer noch. Und es ist auch noch eine andere News gekommen. Es ist zwar schon nicht mehr so new. Wegen... Apple hat ja neue Geräte vorgestellt. Yes. Unter anderem haben sie das MacBook schon wieder überarbeitet. Aber äh... Genau, das hier ist schon wieder alt. So wie normal. Und... Sie haben eine neue iMac rausgebracht. Was wirklich toll ist. Aber sie haben eben auch noch den... iMac Pro. Anstatt dem Mac Pro haben sie jetzt den iMac Pro lanciert. Und... Bei den Werten, die er hat. So mit 18 Kern-CPU und 128 GB RAM und so. Genau, da muss... Es stellt sich eigentlich so ein bisschen die Frage. Was braucht ein Computer eigentlich? Jetzt gerade für Fotobearbeitung. Also Photoshop, Lightroom. Ich habe mich mal so ein bisschen im Internet auf die Suche gemacht nach Informationen. So ein bisschen recherchiert. Und... Und probiert das ein bisschen zusammenzufassen. Auf was es wirklich drauf ankommt. Nicht, dass man eben sich einfach ein iMac Pro kauft. Und dann... Mhm. Ja. Der kostet halt dann schon... In dem Vollausbau... Weiss man noch nicht so genau. Der billigste mit 8 Kern. Und 32 GB RAM. Der kostet... 5'000 Dollar. Ich glaube. Okay. Also man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich etwa 6'000 Franken... 6'000 Millionen Franken wird kosten. Ja, ist das teurer oder weniger teurer, als den... ...Mac Pro-Dingsbums, da den Kübel, die es vor... ...die letzten 5 Jahre verkauft haben? Ich weiss gar nicht. Ist etwa im gleichen Range. Das wird wahrscheinlich etwa im gleichen sein. Ja, ja. Und findest du jetzt das viel? Ich meine mit 18 Cores... Ja, 18 Cores. Ist ja nicht der Preis. Aha. No, 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 my friend. No, no, no. No, no. It's Apple. It's not... How much is it, my friend? Ja, das wissen wir nicht. Ah, das wissen wir nicht. Okay. Also in dem Fall eher 10'000 aufwärts. Nein, das Wichtige ist eigentlich mehr, dass da so quasi geprotzt wird oder mit Wert. Ja. Und man könnte so etwas auch... quasi selber auf Windows-Basis sich zusammenbauen oder Linux-Basis. Die Frage ist nur, braucht man es wirklich? Und man kann an gewissen Stellen extrem viel Geld ausgeben, ohne wirklichen Mehrwert. oder einfach ganz wenig. Und dann gibt es so einen Punkt, ab dem zahlt man einfach für ein bisschen mehr Leistung viel mehr Geld, oder? Bei jeder Komponente. Genau. Und da bist du ja der absolut richtige Mann und kannst uns jetzt erklären, was wir als Fotografen wirklich brauchen und was nicht. Also, als allererstes wirfe ich einfach mal mit Begriff um mich. Ich schmeisse euch Begriffe ins Ohr oder ins Auge. Nein, ich zeige es euch nicht. Egal. Also, was für Komponenten überhaupt so wichtig sind, oder? Das eine ist zum Beispiel SSD. Solid-State-Disc, oder? Oh yeah. Die meisten wissen glaube ich, was es ist. Es ist der Nachfolger der Festplatten. Der Festplatten. Der Schlachtbank. Nein, ähm. Dem komischen Teil, der die ganze Zeit so... Solid-State bedeutet, dass es eigentlich auf Flash-Basis ist. Das heisst... Ja, es hat sich extrem schnell weiterentwickelt. Mittlerweile kommt man eine Solid-State-Festplatte... Solid... Ja, ja. Eigentlich ist es eine Festplatte. Es ist fest. Kommen wir zu einem fairen Preis rüber und sie sind halt einfach noch schneller. wo Festplatten noch irgendwie haben müssen... Die Scheibe eigentlich nicht fest, sondern es sind ja Platten... Gut, sie sind fest geschraubt, aber sie drehen sich. Sie sind fest verboten. Aber ja. Ähm, viel Zeit verliert auch, zum Beispiel hier zu speichern, weil sie irgendwo überall die freien Plätze sucht und so weiter. Mhm. Da... schmeisst die SSD das Zeug drauf. Ähm... Ja. Läuft viel schneller. Was für die heutige Zeit? Kann viel kleiner sein. Macht weniger Hitze. Weniger Lärm. Also... Ja. Hat eigentlich... Für... Zuhause PC fast nur Vorteile, außer dass es halt ein bisschen mehr kostet. Aber das schlägt sich dann in der... Zeit nieder, wo man dann weniger braucht, um Sachen zu bearbeiten. Gerade bei Fotos. Also, kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, Tuning-Teil Nummer 1, SSD einbauen. Wenn ihr noch einen alten Rechner habt, der 5-jährig ist oder so, und irgendwie so ein bisschen... hmmm... und zweig ist, brätschst du den SSD rein, neu aufsetzen, dann hält das dann irgendwie eine gute 2 Jahre. Tipptopp. Ja. Zweiter Begriff... kennt wahrscheinlich noch mehr Leute. CPU. Das ist die... Central Processing Unit. Oh yeah. Also eigentlich der Hauptprozessor. das ist so... oder? Also für die, die jetzt immer noch nicht wissen was, das ist ein Intel Core irgendwas, i5? Zum Beispiel. Oder i7? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder... Oder es gibt ja noch i9 dann? Oder... Das ist erst Spekulation oder was? Ja... Also... Aber es gibt ja nicht nur Intel, es gibt auch noch AMD. Und ähm... Ich finde äh... Intel hat jetzt sehr lange auf dem hohen Ross gelebt. So. Die hatten ihre Prozessoren und eigentlich keine Konkurrenz. Und AMD hat jetzt das Jahr wieder aufgeholt und bietet ähnlich gute Prozessoren oder sogar bessere Prozessoren für ein kleines Budget an. Was super geil ist, weil jetzt hat Intel endlich mal wieder so ein bisschen jemanden, der quasi dagegen hält. Und weil AMD eben vor kurzem ein Prozessor mit 16 Kernen vorgestellt hat, hat Intel jetzt anrucken und hat darum den 18 Kerner gezeigt. Also es gibt noch nicht. AMD wird glaube ich noch vor Intel dann den Prozessor veröffentlichen und es ist auch nicht so, dass einfach 18 Kernen besser sind als 16. Okay. Ab so einer Kernanzahl zählen andere Faktoren. Aber auf das werden wir heute nicht eingehen. Okay. Ja. Nächster Begriff ist RAM. Random Access Memory oder auch Arbeitsspeicher. Das kennt sicher jeder. Ja. Aber man weiss vielleicht nicht, wie es aussieht. Aber das ist eigentlich auch egal. Das ist eigentlich egal. Und ich bin der Meinung, mehr ist immer besser. Ja. Aber es gibt auch dort gewisse Grenzen. Also man kann schon einfach mehr einbauen. Die Frage ist, tut das Main Board, das ist auch dort, wo eigentlich alle Komponenten darauf verbaut sind, kann es das überhaupt handeln? Er kennt das überhaupt. Mhm. Er kennt das Betriebssystem auch. Ähm. Und ab welcher Speichergrösse, also RAM eben ist ja ein Arbeitsspeicher, auch Flash basiert, so wie die SSD. Mhm. Aber das schon seit immer. Und eigentlich, das ist sozusagen der schnellste Speicher im Computer, der nicht auf dem Prozess selber ist. Im Prozess dringend hat es auch nochmal einen Speicher. Das ist der sogenannte Cash. Aber da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Ähm. Also beim RAM kommt es zum einen darauf an, wie schnell ist es und wie viel habe ich davon. Und ja. Eben. Es gibt immer so Grenzen. Und auch. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Da kostet es einfach nur noch viel Geld. Es ist auch nicht gesagt, dass wenn du viel hast, dass die Programme das überhaupt nutzen könnten, oder? Genau. Da werden wir aber später noch drauf eingehen. Auf das werden wir dann eingehen. Okay. Ähm. Dann der letzte Begriff, den ich jetzt mal so kurz einschmeisse, ist GPU oder GPU eigentlich. Graphic. Es muss etwas mit G-like Graphic zu tun haben. Ich glaube, es ist Graphics Processing Unit. Einfach eben wie CPU, aber mit G geschrieben. Und macht nur Grafik. Ja. Spezialisiert auf Grafik. Telefonnummern abspeichern, machst du nicht mit dem. Ähm. Ich denke es nicht, nein. Sehr gut. Aber, was eben spannend ist, also GPU, das bedeutet quasi, so, von der Herkunft. Das war eigentlich die Grafikkarte gewesen oder ein Prozessor, der auf der Grafikkarte drauf hockt, den man früher in den Computer einbauen kann. Mhm. Heutzutage läuft es ein bisschen anders. Es ist ein bisschen einfacher oder komplizierter geworden, je nachdem. Ähm. Es gibt mittlerweile schon GPUs, die auf dem Prozessor drauf sind. Das nennt sich dann Embedded, also E-Boat. Ist das bei meinem der Fall? Bei deinen auch wahrscheinlich? Ähm. Bei Laptops ist das sehr oft der Fall. Das ist entweder die GPU auf dem Mainboard oder eben direkt im Prozessor drin. Und das ist auch wieder so eine Erfindung, die kommt eigentlich eher von AMD. Also AMD hat das mal angestossen und sehr gute Produkte gemacht. Und Intel hat es auch gemacht, aber hat auf dem Anfang relativ schlechte Produkte gemacht. Sie sind jetzt immer besser, aber auf das komme ich dann später auch noch. Okay. Nur eine schnelle Frage. Ähm. Einfach so aus Gewunder. Aber gell, es ist schon so, dass Apple hat noch bis vor kurzem, also sie haben ja irgendwann den Switch gemacht von ihren eigenen Sachen auf Intel. Das ist klar, oder? Das ist irgendwie mit der G3 irgendwas. Intel CPUs. Genau. Und, aber zwischen denen haben sie auch AMD drin, oder? Nein. Meine ich das nur? Nein. Okay. Was sie haben, sind Grafikkarten, GPUs von einem AMD. Ah, okay. Ich wusste, irgendwas war mit AMD. Sie hatten mal Nvidia. Also sie haben sich, seit langem haben sie immer etwas abgewechselt. Nvidia, AMD, Nvidia. Jetzt sind sie im Moment auf AMD. Und das hat einfach damit zu tun, dass AMD sehr aufgeholt hat. Also nicht nur mit den CPUs, sondern mit den GPUs auch. Mhm. Und dass jetzt sogar mittlerweile Intel mit dem Gedanken spielt, AMD Embedded GPUs in die CPUs von Intel einzubauen. Lustig, oder? Also AMD, nochmal langsam. AMD Grafiklösung im Prozessor i7 oder was auch immer von Intel. Aha. Okay. Okay. Interesting. Ja. Rumor has it. Mal schauen, was dann wirklich passiert. Okay. Es gibt immer noch, nach wie vor, die Grafikkarten, die man dazu kaufen kann. Für viel Geld. Gamer. Sehr viel Geld. Gamer kennen das. Gamer brauchen das. Videoediting und so kann man das auch brauchen. Genau. Was noch speziell ist bei den GPUs. Wie du vorhin gesagt hast, man braucht es wahrscheinlich nicht um die Nummer zu speichern. Mhm. Nein. Normalerweise nicht. Aber wenn jetzt jemand ein Programm schreibt, das so ausgelegt ist, dass du es auf einer GPU zum Laufen bekommst. Mhm. Dann kann es sein, dass das Programm schneller laufen kann auf einer GPU, also auf einer CPU. Je nachdem. Aha. Es gibt, seit so ein paar Jahren, gibt es zum Beispiel von Nvidia das CUDA, CUDA. Kann ich nicht. oder ähm, es gibt noch etwas Zweites. Genau. OpenCL. Mhm. Das bedeutet eben, dass quasi Grafikkarten zum Renderen von Sachen benutzt werden kann, die eigentlich CPU vorher gemacht hat. Okay. Und aber viel schneller ist in dem. Okay. Gerade zum Beispiel im Photoshop oder im Lightroom gibt es so Effekte, die unheimlich davon profitieren können. Also dass es quasi wie in Echtzeit mit Einstellungen vorgenommen werden können. Das sind sicher Sachen, die zum Beispiel mit einer Stifteingabe wahrscheinlich betrifft, oder? Zum Beispiel. Die extrem schnell sein muss, mit praktisch so wenig Latenzzeit. Heisst das Latenzzeit? Latenz, ja. Latenzzeit wie möglich. Also es ist nicht nur Latenz, es ist eben auch zum Beispiel teilweise auch noch heftiger, oder wenn du jetzt wirklich einen speziellen Effekt drauf hast, einen Filter, und dann hast du quasi nur eine CPU, dann warte ich halt einfach mal deine 10 Sekunden. Und wenn du eine GPU hast, dann machst du das und es passiert gerade. Cool. Ja und jetzt würde es mich eigentlich wundern, Sven, wo würdest du jetzt dein Geld einsetzen? Was siehst du am wichtigsten? Aufgrund der neuesten Erfahrungen mit meinem neuen Late 2016. Sorry, bevor du die Antwort ausführst. Ja. Ich habe jetzt nur geschaut für Photoshop und Lightroom. Ja. Nicht für Affinity Photo oder Vitas, weil dann wäre es einfach zu kompliziert worden. Okay, okay. Gut, dann kann ich nur so ein bisschen etwas dazu sagen. Also eben aufgrund meiner Erfahrung jetzt mit dem 13-Zoll-MacBook Late 2016 gedöhntes Vollgas, also mit Touch-ID und Schleichwerbung. Ja. Ja. Not sponsored by Apple, aber... Ja, nein. Sag doch mal von den Komponenten, die ich vorhin gesagt habe, was würdest du dir am ehesten... Wo würdest du dir ein Upgrade leisten, wenn es möglich wäre? Also SSD... Schon nicht möglich in diesen Dingen. Ja, SSD sicher. Wobei heute gibt es ja eigentlich fast keine Laptops mehr mit... Ja, ja. Wir gehen jetzt mal davon aus. Mit einem normalen... Harddisk und so. Wir gehen jetzt mal davon aus. Das ist einfach ein normaler Computer, wo man alles tauschen kann. Gut. Dann sicher SSD drin. Sicher SSD drin. Mhm. Neueste Prozessor rein. Mhm. Das heisst, was für einen Prozessor? Also äh... CPU. Auf was schaust? Äh... Wie sagt man... Also die Generation ist halt eben i7... Ja, aber... Also... Es gibt ja i3, i5, i7 bei Intel. Ja. Und bei AMD gibt es jetzt... auch irgendwie... den Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. i7 und irgendwie... 3,5 GHz oder was auch immer, dass es dann halt ist. Also was ich mir leisten kann. Also einfach... Ja. Das Höchste quasi. Und bei der RAM... würde ich jetzt mittlerweile... Ich habe zuhause einen... iMac, der jetzt... Wie viele Jahre alt ist? Aha. Alt. 5, 6 jährig. Ja. Und ich habe 32 GB RAM da drin. Schon. Und ich habe es noch nie gebraucht. Eben. Das heisst... Würde ich nicht mehr machen. Wie viele Lusten? Wie viele Lusten? Ja, 16. 16. In der heutigen Zeit 16. Ja. That's it. Ja. GPU? Kannst du jetzt nicht machen, aber wenn es könntest... Wenn ich könnte... Ja, würde ich schon. Aber nicht super high-end. Weil... Ich habe festgestellt, dass... Äh... Die Dinge können jetzt schon so viele... Ähm mit Video... Solange nicht wirklich hardcore 4K... Irgendetwas machst... Mit Mundistreams... Ja, aber wir machen das jetzt nur von Foto, nicht von Video. Ja, eben. Das würde den Rahmen sprengen. Dann würde ich sagen, dann nimmst du einfach die, die drin ist. Also... Wenn es eine hat, ist gut. Und wenn es gar keine hat, und du kannst dir aber noch eine leisten, dann nimmst du eine. Aber... Es muss jetzt nicht das Beste vom Beste und das Teuerste sein. Okay. Würde ich jetzt sagen. Also du bist nicht... Du bist nicht komplett fernab von dem, was ich jetzt so herausgefunden habe. Okay. Aber ich kann dir sagen, dass du in einem Bereich schon mal Geld sparen kannst. Okay. Und das wäre? Okay. Der Prozessor. Der Prozessor. Ähm... Ja, wenn wir eigentlich gerade Prozessor sind... Was glaubst du? Wie viele Kern braucht Photoshop? Zwei. Im Moment ist es so... Dual-Core wird abgerissen von Quad-Core. Mhm. Sozusagen überall wird Quad-Core eingesetzt. Ich glaube bei dir auch, oder? Ich habe noch Dual-Core. Ähm... Ja, ich glaube das ist ein Quad-Core, ja. Ich wüsste es im Fall ehrlich gesagt nicht einmal. Ich habe einfach voll Specs genommen. Mhm. Ich glaube schon, dass das Quad-Core... Soll ich mal nachschauen? Quad-Core ist eigentlich Standard. Bei den Desktops wird... Ist leider noch krass. Es ist sich immer noch etwas am Tun. Das Jahr wird aber der Sprung auf 8-Core gehen. Mindestens 8-Core und mehr. Es ist jetzt lange irgendwie so nur... Eben... Vier-Core... Zwei-Core... Ich kann das nicht einmal sagen. Es steht einfach 3,3 GHz Intel Core i7. Ja, das wird schon Quad-Core sein. Also Quad-Core bedeutet vier Kerne, oder? Ähm... Das ist schon eine Entwicklung, wo es vor... Vor einer Ewigkeit, wo Intel gemerkt hat, dass sie mit ihren Pentium-Prozessoren das Mal nicht mehr weiterkommen. Single-Core. Mhm. Es ist einfach nichts mehr möglich gewesen. Man kann das Zeug nicht mehr so abkühlen. Es ist egal. Dann ist äh... Dann ist äh... Dann ist äh... Dann ist äh... Wir können ja einen zweiten Core reinbauen. Quasi auf das gleiche... Auf das gleiche... Auf das gleiche... Prozessor... Kärtchen. Mhm. Nur mal einen Core drauf schmeissen. Und das ganze... Der Cache, den Speicher, den es drauf hat und so weiter. Und dann haben sie experimentiert. Dann hat es mehrere Caches gegeben. Und so weiter. Gibt es auch immer noch. Ähm... Aber es hat lange Programme gegeben, die eigentlich nur einen Core brauchen konnten. Mhm. Und äh... Es ist leider immer noch so. Also... Photoshop braucht eigentlich... Meistens nur einen Core. Okay. Wenigstens in der Version 2015 ist es noch so, dass meistens nur ein Core benutzt wird. Ab und zu kann noch ein zweiter dazu kommen. Mhm. Aber... Wahrscheinlich beim Export. Ich kann mir das vorstellen, ja. Vielleicht so. Aber äh... So drei und vier Cores... Ist eigentlich selten der Fall, dass so etwas gebraucht wird. Ähm... Und... Und... Aber wann kann ich denn diese brauchen? Wenn ich mit zwei verschiedenen Programmen... Gleichzeitig etwas machen will. Zum Beispiel... Also mit dem einen rendere ich etwas raus und mit dem anderen... Ja. Zum Beispiel dann. Mhm. Dann ist noch die Frage... Es gibt ja jetzt schon seit längerem auch, dass ähm... sich Prozessoren selber übertakten können. Automatisch für eine kurze Zeit. Mhm. Das heisst, du hast zum Beispiel ein 3,3... Was hast du? 3,3. Mhm. Der wird sich wahrscheinlich übertakten lassen, bis 3,8 GHz. Ja, ich glaube. Ähm... Das heisst aber, dass dann andere Cores dafür reduziert werden, beziehungsweise sogar ganz abgeschaltet werden. In dieser Zeit. Also... Es ist eigentlich cool, die Prozessoren heutzutage haben schon gelernt, wirklich die beste Performance im richtigen Moment zu liefern. Mhm. Ähm... Der Unterschied ist zwischen I5 und I7, unter anderem der Speicher, der Cache, der drauf ist. Mhm. Und auch teilweise Grafikeinheit. Mhm. Eben... Also wenn du so eine kombinierte Lösung hast, wie jetzt ich, dann ist das entscheidend unter Umständen. Du hast so eine Intel Iris, so und so. Da gibt es verschiedenste Modelle. Ähm... Ja, kommen dann später noch darauf, was die genau machen. Aber... Ja... Es spielt auch noch einen Faktor, oder? Mhm. Jetzt bei dir, du hast ein I7. Ich will sagen, das ist ein gutes Arbeitsgerät, so. Mhm. Ähm... Ich bin ja auch sehr zufrieden, auch Videoschnitte und so, kein Problem. Also ich habe dann mal geschaut. Mich hat es auch wundert genommen, was empfiehlt Adobe eigentlich. Und ähm... Es ist so, bei Windows empfiehlt Adobe mindestens ein Dual-Core. Und zwar nicht aktuell, sondern einfach ein Dual-Core. Das ist nicht allzu teuer in der heutigen Zeit. Mhm. Bei Apple wird es noch ein bisschen überboten. Dann haben sie ein Dual-Core mit wenigstens 64-Bit. Also... Speicherinterface. Gut, das liegt aber auch am OS natürlich. Ja... Und... Heutzutage... Du kannst keinen Mac mehr kaufen, einen neuen ohne 64-Bit. Eben. Auch bei einem Windows Prozi. Ja... 64-Bit. Windows Prozi. Windows PC Prozessor. Ja... Also vier, sechs oder acht Kernprozesse würde genau so gehen. Die Frage ist einfach, ob sich das dann lohnt. So... Im Moment. Gut. Eben. Wenn du planst, gleichzeitig Sachen zu machen... Gleichzeitig Foto zu bearbeiten... Ja, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche... Batch Processings musst du machen... Und von einer Hochzeit zum Beispiel... Du musst irgendwie 2'000 Foto in drei Versionen auserändern... Dann kannst du das quasi im Hintergrund brechen lassen... Und auf einem anderen Core kannst du irgendwie etwas anderes machen. Ja, aber eben. Wie ich vorhin gesagt habe... Wenn dann die Prozesse quasi voll auftreten... Dann werden die anderen Cores sowieso... Abgefahren. Ja, aber treten dann automatisch auf, wenn ich trotzdem etwas anderes mache. Ja. Also wenn du wirklich etwas laufen hast... Oder etwas, das intensiv rechnet... Dann macht er das. Und äh... Also Quad-Core würde ich sagen... Ist eigentlich so... The place to be. Für Fotobearbeitung... So ein wenig das... Aber es muss in dem Fall nicht ein 9-7 sein... Es reicht ein 9-5... Es reicht ein 9-5... Ein 9-3 würde ich nicht empfehlen... Der hat kein Hyper-Threading... Das heisst... Er kann die Prozesse weniger gut auslasten... Ähm... Ja, jetzt habe ich das Wort in den Mund genommen... Wo wahrscheinlich die wenigsten kennen, aber... Sorry... Google it... Google it... Nein, also... I5... Wäre so gut... I5 mit 4-Kern... Mhm... Ja, trotzdem befinden wir uns eigentlich auf dem Weg... Quad-Core kommt immer mehr... Und wenn man dann eben... Vielleicht noch klein... Die besser... Die schneller Version... Vom Prozessor... Dann... Bleibt einem der I7... Oder... Eben... Glücklicherweise... Jetzt mittlerweile... Der AMD... Mit ihren Ryzen... Und zum Glück heisst die auch fast gleich... Es gibt der Ryzen 3... Der Ryzen 5... Und der Ryzen 7... Und es bedeutet eigentlich... Sozusagen... Das Gleiche... So... Sieben ist so... Der schnellste... Und dann gibt es dann auch mit... Ich glaube... Vier bis acht Cores... Und... Zweifel gibt es... Glaub... Mit vier... Und der drühe ist halt der mit... Zwei Cores... Und so... Mehr für Einsteiger... Oder irgendwie... Ich heisst... Ein Computer, den man auch im Wohnzimmer hat... Ja... Ein Laptop... Ja... Ein Computer im Wohnzimmer... Ja... Ein Laptop... Ein Computer auf dem WC... Wobei... Bei uns Nerds... Ein Laptop... Muss ja dann schon wieder so stark sein... Wie ein Durchschnitts-Desktop-PC... Oder? Leider schon, ja... Ja... Was dann wieder ins Geld geht... Und... Das Gute ist dann eben... Bei Preisen... Beziehungsweise beim Konkurrenzkampf... Zwischen diesen zwei... Werden die Preisen wahrscheinlich... Ähnlich mal wieder... Oben runterkommen... Also... Es hat jetzt sehr lange... Nur Prozessoren gegeben... Von Intel... Die auch dementsprechend gekostet haben... Intel hat quasi... Mit dem Nachfolgeprozessor... Wieder können... Ähm... Den Preis richten... Von ihren alten Modellen... Und hat die immer noch... Gut verticken... Einfach zu einem... Ein bisschen günstigeren Preis... Und jetzt... Als AMD wieder das Feld aufmischt... Passiert endlich mal wieder etwas... Ähm... Ja... Aber das ist mehr so... Zukunftsaussicht... Ja... Eine Frage... Du hast jetzt gesagt... Das ist jetzt quasi Photoshop... Wahrscheinlich die meisten von uns... Brauchen einfach Lightroom... Und... Das gilt für Lightroom dann wahrscheinlich auch... Weil das ist ja auch Adobe... Und haben wahrscheinlich ähnliche Ansprüche... Denken... Ja... Also... Photoshop ist ein Programm... Das wurde vor Ewigkeit geschrieben... Und immer wieder etwas... Aufbohrt... Und so... Lightroom ist ein Programm... Das noch nicht so alt ist... Die eher auf Geschwindigkeit... Als wie auf... Ähm... Wie soll ich sagen... Professionalität... Nicht Professionalität... Ja... Doch eigentlich schon... Also... Du musst wie sagen... Was steht im Fokus... Ja... Du weisst ja... Wenn zum Beispiel... Irgendetwas renderisch... Das ist H264... Du kannst es entweder... Schnell ändern... Mhm... Oder gut... Und Photoshop ist wie... Der gute Vorgang... Okay... Und Lightroom ist der schnelle... Okay... Oder... Alle Effekte müssen... In Echtzeit... Sozusagen... Ähm... Möglich sein... Und... Im Moment... Gerade nicht gut aussehen... Klar... Wenn du es nachher dann... Abspeicherst... Und so... Dann wird es... Dann wird es besser... Aber im Photoshop... Wären eigentlich alle Effekte und Filter schon... Auf Hochglanz... Ähm... Ähm... Das stimmt... Das habe ich auch gemerkt... Früher habe ich ja... Viel Photoshop gebraucht... Und... Äh... Wenn du... Je nachdem... Irgendwelche Masken gezeichnet hast... Und dann dort anfangen zu malen... Dann ist es immer recht laggy gewesen... Also es ist immer... Hinten angehangen... Aber dafür hat es sofort sofort super ausgesehen... Wenn es dann mal da gewesen ist... Und bei Lightroom hast du das eigentlich nie... Aber dort ist es immer so... Du machst es mal... Und dann... Ah... Jetzt ist es da... Ja... Genau... Dafür ist quasi... Die Ausführung ist super schnell... Genau... Okay... Ja... Und darum würde ich sagen... Lightroom... Da habe ich jetzt leider nicht noch... Beziehungsweise... Entweder ich habe nachgeschaut... Und es war das gleiche wie bei Photoshop... Oder ich habe es tatsächlich verschwitzt... Aber ich nehme an... Da wird die Dual-Core-Funktionalität... Eher noch gegeben sein... Als bei Photoshop... Und... Was dort eben dazu kommt... So die Integration... vom Grafik... Grafik... Prozessor... Die steht... Im Vorgrund... Wie ich vorhin gesagt habe... So... 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 Ja... Okay... Ähm... Ja... Das nächste ist eben das RAM... Du hast vorhin gesagt... Du hast einen iMac mit 2,30 GB RAM... Vor... Jahren gekauft... Mhm... Hast du das RAM auch schon vor Jahren gekauft? Mhm... Hast du viel Geld ausgegeben? Relativ... Mhm... Also... Ich kann sicher mehr ausgeben... Wenn ich es selber direkt rein gemacht hätte... Aber... Es ist jetzt auch nicht so... Ich kann es ausgerechnet... Es hat mir irgendwie 100% mehr gekostet... Wenn ich es... Ah wirklich? Ja... Es ist nicht so massiv gewesen... Und ich habe dann gefunden... Der Kompi ist eh schon so teuer... Ja... Auf die 100% kommt es dann irgendwie nicht mehr drauf an... Stimmt... Du hast einen iMac... Das heisst du hast 4 Slots... Du hast wahrscheinlich 4 x 8 GB... Richtig... Das ist das Gute am iMac... Also am teuersten iMac... Wo man... Die Arbeitsspeicher... Äh... Die Arbeitsspeicher noch selber rein tun... Mhm... Weil Apple ja standardmässig 2 x 8 GB... Verbaut... Hat... Und zwar... Beim moderneren RAM... Also seit DDR... Mhm... Wenn irgendjemand den Begriff kennt... Super... Sonst... Erkläre ich es jetzt schnell... DDR bedeutet eigentlich... Double Data Rate... Das heisst... Das RAM... Hat wie... Doppelt so breites... Speicherinterface... Wenn es aber... Richtig angehängt ist... Darum braucht man eben 2 Chips... Also 2... So RAM-Regel... Aha... Das heisst nur mit einem... Wenn man nur eine drin hat... Mit 60 GB... Ist halt Geschwindigkeit einfach halb so... Ähm... Okay... Ähm... Und dann gibt es aber noch... Unterschiede mit... Also... Dotzmal... Jetzt gibt es wahrscheinlich nur noch DDR3... Nein... DDR4 ist bereits... Sogar 4... Okay... Ist bereits da... Und... Dotzmal habe ich eben noch... Ist noch so... Ja... 2 oder 3... Und so... Von DDR2 auf DDR3... Ist genau so auf der Schwelle bei mir... Der hat es mega gebraucht... Das hat... DDR3 hat nur zu mehr Geschwindigkeit geführt... Und so... Und eigentlich zu kein Problem... Mhm... Aber jetzt bei DDR4... Ist es am Anfang so gewesen... Dass das... Nur Probleme... Keine Geschwindigkeit... Das... Ja, nein... Mit DDR4 ist wie... Sind grössere Speicher möglich... Mhm... Aber... Ähm... Die... Die Latenz, die du mal angesprochen hast vorhin... Die ist bei DDR4 höher gewesen... Jetzt mittlerweile ist es... Ich glaube... Es hat sich normalisiert... Aber auch... Wir reden dort von... Irgendwie Unterschiede... Wo... Höchstens... So... Hardcore Gamer würden merken... Also... Im Foto... Foto bearbeiten... Nie im Leben... Keinen Unterschied... Aber DDR4 ist teurer... Als DDR3... Also eigentlich kann man auch dort... Wieder Geld sparen... Sehr guter Tipp... Äh... Ja... Bei DDR4 kommt es dann... Ein bisschen darauf an... Was hast du für Prozesse... Was hast du für ein Motherboard... Und so weiter... Also dann... Ja gut... Aber... Du hast dann wie nicht die Wahl... Nimm jetzt DDR4 oder DDR3... Du musst von Anfang an wissen... Aha... Ja... Ich will ein günstiger... Ähm... Dann hat DDR3 drin... Dann... Dann hat DDR3... Ja... Dann ist ja eigentlich... Alles was brauchst... Also... DDR... Also der Speicher... Das RAM ist ja nicht im Prozessor drin... Mhm... Das ist ja ausserhalb... Mhm... Und es ist einfach so... In den... heutigen Laptops... Ja... Im Moment... Aktuell... Sind... Ähm... DDR3L... Oder... L... P... DDR... Ja... Trotzdem muss ich sagen... Arbeitsspeicher ist extrem wichtig... Und vor allem dann... Wenn man davon zu wenig hat... Dann merkt man es... Mhm... Weil das Problem... Was dann auftritt... Ist das... Das RAM... Wenn es irgendwann mal voll ist... Dann fängt es an... Auszulagern... Und zwar auf die Festplatte... Also das heisst... All die Daten... Die schon länger auf dem RAM liegen... Aber nicht darauf zugriffen werden... Die werden auf die Festplatte geschrieben... Und die... Das... Geht dann relativ lang... Ich weiss noch... Mein letzter Windows Rechner... XPS Rechner... Dazumal ein Dell... XPS... Super Vollgas... Dazumal, oder? Dann... Am Schluss... Ich musste... Mit... XPS... Mit so... Memory Sticks... Quasi... Meines... Ram Boosted... Damit es... Noch einigermassen hat... Die neuesten Microsoft-Sachen... Draufladen und so... Weiss ich noch... Das ist in dem Fall genau das gewesen... Ja... Möglicherweise... Ja... Crazy... Es gibt so wie... Eine Minimalgrösse... Und die hat Apple sogar mal... So wie... Mitgepflegt... 8 GB... Darunter würde ich... Überhaupt nicht mehr gehen... Es macht einfach... Kein Spass... Vor allem... Wenn wir dann noch irgendwie... Etwas schaffen... Ich meine... So für... Desktop-Anwendungen... Wenn du jetzt irgendwie... Wolltest du das Office brauchen... Oder so... Kein Problem... Kannst du machen mit 8 GB... Kannst du auch mit 4 GB... Und schlag... Aber dann so mit... Fotos... Mehrere Fotos offen... Vielleicht noch... Der Browser offen... Mit mehreren Tabs... Und so weiter... Ja... Dann besser 8... Besser 8 GB... Besser 8 GB... Ich weiss gar nicht... In einem YouTube-Video... So viel RAM braucht... Weil es wird... Bei YouTube... Ja nicht mehr so gut... Cashed... Ich glaube auf dem Computer schon... Nur auf dem... iPhone nicht mehr... Dann... Gibt es... Nur noch ein Cash... In wenigen Sekunden... Okay... Also es ist ein anderer Cash... Übrigens... Und äh... Andere Bausteine... Ein Puffer... Ein Puffer... Ein Buffer... Äh... Äh... Ja... Aber das oberste Limit ist dann auch schon bald erreicht... Mit 16 GB... Eben... Bis dahin bringt es es... Mhm... 16 GB sind super... Ich habe auch schon vor... Ich habe mir auch einen Computer gekauft... Vor irgendwie... Vier Jahren... Oder sogar länger... Nein... Vor etwa vier Jahren... 16 GB RAM... Mhm... Und ich muss sagen... Läuft immer noch super... Mit 16 GB RAM... Ich... Bringe sie selten voll... Mhm... Ja eben das ist das... Was ich gesagt habe... Oder... Ich habe hierzu mal... Einfach... Zwei 30... Weil... Ich habe angefangen mit Videos schneiden... Zuhause und so... Und ich bin nicht so sicher gewesen... Und eben... Wolltest du ja zukunftssicher sein... Ja... Gerade wegen 4K... Und blablabla... Ich muss sagen... Da bist du wahrscheinlich... Gerade ein bisschen over the top... Bin ich over the top gewesen... Die 7... Extra 300... Oder so... Hätte man sparen... Also wenn man jetzt... Heute... Mit modernen Schnittprogrammen... Und eben dann noch vielleicht... Multitasking... Und noch andere Programme... Offen im Hintergrund... Ähm... Sie sind schon immer noch teurer... Aber es ist nicht mehr so krass... viel mehr wie früher... Sie sind immer noch... Sie sind immer noch viel zu teuer... Schon... Mhm... Aber dafür ist jetzt... Das sondere Limit bei Apple... Mittlerweile 60 GB... Was fair ist... Weil eben... Ich meine... Wir arbeiten ja alle mit unseren Mags... Die haben wir ja nicht zum Gamen... Oder zum YouTube... Weil das können sie nämlich nicht... Ja gut... Aber das ist... Aber das ist... Nein... Auch wieder eine andere Baustelle nehme ich an... Und... Da ich überhaupt nicht gamen... Mhm... Also... Ausserdem müssen ja... Alle die, die hier hören... Oder... Und die Fotografen... Die müssen ja eigentlich... Foto bearbeiten... Und nicht gamen... Wie sollen... Foto bearbeiten... Aber ich könnte auch mit einem Windows-Rechner arbeiten... Das ist überhaupt kein Problem... Das habe ich auch schon gemacht... Ich habe einen Kollegen... Der hat das auch schon mal gemacht... Also... Wenn er nicht gerade das Update... Von Microsoft... Dann funktioniert es... Das ist aber auch bei Apple Scheisse... Ja... Aber dann kannst du wenigstens sagen... Mach es irgendwann... Also installieren wir es irgendwann... Oder lässt es irgendwann runter? Lass... Installieren wir es irgendwann... Weil bei mir wird es im Hintergrund... Stinkfrech runtergeladen... Bei mir nicht... Und der Computer hat noch 50% Performance nachher... Bei mir nicht... Bei mir nicht... Also... Nein... Ich sage einfach... Morgen erinnern... Dann macht er es morgen... Ja... Dann installiert er es morgen... Nein... Er lässt es dann erst runter... Doch... Ich mache es immer so... Also... Ich... Ich bin mir ziemlich sicher... Dass er im Hintergrund schon einen Teil runterlässt... Auch wenn es vielleicht noch nicht so anzeigt... Egal... Also egal... Wir müssen weitermachen... Sonst werden wir nicht mehr fertig... Also gut... Hast du denn noch viel? Ja... Jetzt sind wir bei der RAM... Da kommen noch zwei andere... Also gut... Let's do it... Ich habe noch... Wieder nachgeschaut... Was empfiehlt dann Adobe... Adobe sagt... Ja... Mindestens 8 GB RAM... Sehr... Mindestens 8 GB RAM... Dann würde ich aber sagen... Die Mindestens 8 GB RAM zählt nur dann... Wenn man noch eine externe GPU hat... Also noch Grafikkarte... Mhm... AMD... Oder Nvidia... Weil die muss ja auch irgendwie... Verwaltet werden... Und so... Jein... Aber... So 8 GB... Kann man ja schon auslasten... Gerade mit einem Fotoprogramm... Mhm... Und wenn man jetzt zum Beispiel... So eine Embedded-Lösung hat... Dann ist... Das Problem... Bei dem... Oder wie soll ich das sagen... Ähm... Krux... Eine spezielle... Funktion... Ist das... Das Ding ja keinen eigenen... Grafikspeicher hat... Mhm... Also greift es auf das RAM zurück... Mhm... Und die Grafikkarte hat immer... Ihr eigener... Ihr eigener Grafikspeicher... Der ist sogar noch etwas schneller als das RAM... Ist zwar eigentlich auch eine Art... SRAM... Mhm... GDDR zum Beispiel heisst dann die... Ähm... 5... Sind wir glaube ich jetzt... Also... Noch schneller als das normale RAM... Ähm... Und meistens irgendwie... Also... Bei der aktuellen Grafikkarte ist es... Irgendetwas zwischen 2... Und... Ähm... 8 GB... Weil das Zeug ist halt auch teuer... Also gerade so... Schneller Speicher kostet extrem viel Geld... Darum ist auch das Cache-Speicherchen... Auf dem Prozessor... Nur 4 oder 6 MB gross... Dafür ist es... Extrem schnell... Und... Und... Klein aber auch hoch... Ja... Und jetzt die aktuellsten Lösungen... Die es gibt... Ähm... Bei diesen i7... Ist zum Beispiel glaube ich... Iris Pro... Ich weiss nicht was du für einen drin hast... Ich kann das sagen... Wollt's schnell... Bei mir ist es noch... Ein älteres Modell... Ähm... Ich glaube nicht einmal Iris... HD Graphics... Und das greift auf... Iris Graphics... 550... 1,5 GB... Von meinem RAM zurück... Und ich habe da halt nur 8 GB RAM... Das heisst... Ich habe... Am Ende... Eigentlich nur noch... 6,5 GB... Speicher... Und eben... Das Fotoprogramm... Kann das gut ausnutzen... Deshalb... Wird dann bei mir auch... Wenn ich jetzt wirklich... Intensive Sachen mache... Ausgelagert auf die SSD... Und das... Braucht wieder Prozessor Power... Und so weiter... Mhm... Also das rupft dir eigentlich... Systeme ein bisschen zusammen... Genau... Dann wäre es schon besser... Ich hätte zum Beispiel... 16 GB RAM... Wenn ich so eine... Grafiklösung drin habe... Mhm... Ja... Einfach so... Das... Da dazu... Ähm... So damit würde ich sagen... Mindest... Anforderung ist zwar 8 GB... Aber 16 GB... Wäre gut... Vor allem wenn man... Keine eigene Grafikkarte hat... Also aber auch das... Wenn man eine eigene Grafikkarte hat... Hat man wahrscheinlich... Sowieso mindestens... 60 GB RAM... Wäre nicht sogar noch mehr... Also... Aber auch das... Muss man eigentlich sagen... Ist eigentlich gar nicht... So eine mega teure Geschichte... Also da kommt man eigentlich... Recht gut davon... Ja... Eben genau... Vor allem in der heutigen Zeit... Und es macht... Es... Es macht extrem viel aus... Ich würde sagen... Ram... Ram... Und vielleicht... CPU... Macht sozusagen... Das meiste aus... Mhm... Ähm... Was wollte ich noch sagen... Ähm... Grafik... Externe... GPUs... Ah... Im... Photoshop hinein... Gibt es eine Funktion... Die einem anzeigt... Wie gross das die... Arbeits... Ähm... Speicherdatei ist... Mhm... Okay... Und... Die kann mir anzeigen lassen... Wirklich das quasi... Zeigt wie gross ist... Die Arbeitsspeicherdatei... Und wie gross ist... Der restliche Speicherplatz... Auf dem RAM... Mhm... Und das heisst... Wenn... Das RAM quasi... Komplett voll ist... Und die Arbeitsspeicherdatei... Grösser ist... Das RAM... Dann wird ausgelagert... Auf die Festplatte... Und wenn man das... Beobachtet... Dann heisst es eigentlich... Nur eins... Und zwar... Was... Sven... Mehr... RAM... Ja... Genau... Das heisst... Wenn wir vielleicht... 16 GB... Haben wir nur mal... Zwei Riegel... Meistens hat man ja... Vier Schnittstellen... Bei den Laptops... Zwei Snickers mehr... Mhm... Heute kommst du glaube ich... Sozusagen nur noch... 8 GB... Regel rüber... Also... Ja... Dann bist du auf 16... Dann haust du noch mal... Zwei Riegel... Einfach schauen... Dass es die gleiche sind... Zwei Riegel... Zwei Riegel... Wie die, die du drin hast... Oder... Die zwei, die ich neu kaufe... Unbedingt... Die zwei genau die gleiche... Und... Am besten... Alle vier die gleiche... Okay... Aber ja... Ja... Wie beim Auto... Zwei 30 GB... Und man wird... Also extrem merken... Mhm... Okay... Dann... Gehen wir noch... Zu den zwei... Ein bisschen weniger... Weniger... Wichtigen Sachen... Ja... Wie man will... Also... Eben... Für jetzt... Fotos... GPU... Das habe ich ja vorher schon angetönt... Eben... GPUs... Ähm... Es ist jetzt so... Die Embedded GPUs... Auch wenn sie den langsame RAM-Speicher nehmen... Die werden einfach immer stärker... Gerade für so... Also für so... Also für Games... Klar macht einen riesen Unterschied... Aber für... Äh... So... Quasi... Render-Prozesse... Auslager... Von der CPU... Weg... Auf GPU... Die... Stehen... Eigentlich so... Nvidia... Und AMD... Grafikkarten... Vor... Vor zwei Jahren... Aber so... Mittelklasse-Modelle... In nichts mehr nah... Sind wirklich sehr gut geworden... Mittlerweile... Und wenn das so weitergeht... Eben auch AMD... Dann irgendwie... Embedded Grafiken... Verwendet... Ja... Dann ist vielleicht... Der GPU... Bald... Wirklich nur noch... In einem Gamer-Prozessor... Und vielleicht... In einem Schnitt-Prozessor... In einem Schnitt-PC... Hardcore... Video... Habe ich jetzt... Game-Prozessor gesagt... Ich habe eigentlich mal... Game-Computer... Oder Schnitt-Computer... Oder für 3D-Anwendungen... So... Und... Ähm... Ja... So... Was man eigentlich... Cool... Eben... Wieso GPU... Geschneller ist... Für so grafische Sachen... Weil... Ein GPU... Einfach auch noch... Dafür gebaut worden ist... Um grafische Sachen umzusetzen... Darum sind es auch... Grafiken... Ein- und Ausgaben... Die über die GPU laufen... Mhm... Ja... Da muss man eigentlich... Nicht mehr dazu sagen... SSD... Das habe ich schon angedeutet... Das ist eigentlich... Ähm... Die neue Festplatte... Eben... Jetzt gerade... Wenn etwas ausgelagert wird... Und man hat noch eine alte... Festplatte... Da kann man extrem viel... Auch raus holen... Indem sich einfach mal... SSD zutut... Das gleiche gilt... Wenn man... Äh... Von seiner... Speicherkarte... Wird... Auf Festplatten speichern... Ähm... Es gibt tatsächlich... Schon Speicherkarten... Die sind schneller... Als halt... Die herkömmlichen Festplatten... Auch die Interface... Also USB 3... USB 3.2... Oder USB C... Ähm... Ähm... Ja... Super fast, ja... Super fast, ja... Ja... Dann sollte man vielleicht... Schon schauen... Dass so... Die Festplatte... Nicht gerade... Ähm... Sagt man... Der Flaschenhals ist... Macht einfach... Kein Spass... Wenn man irgendetwas... Kopieren... Verschieben... Also... Ich mache... Generell... Muss man vielleicht auch noch sagen... Wenn man eine Festplatte... Kauft... Dann gibt es... Langsame und schnellere, oder? Ja... Aber es macht einfach... Nicht so einen grossen Unterschied... Wie eine Festplatte... Ich sage nur... Ich meine... Ich kaufe eigentlich... Die Festplatte... Nur noch... Aus Archive zu wecken... Also wenn ich weiss... Genau... Ich muss das Ding archivieren... Ich muss es einmal drauf kopieren... Das kann von mir aus... Die ganze Nacht kopieren... Dann kopiert es halt... Die ganze Nacht... Genau... Und am nächsten Morgen... Ziehe ich es ab... Und... Nimm es ins Geschäft... Oder wo auch immer... Und lagere es dort... Und that's it... Genau... Darum gibt es ja mittlerweile... Sogenannte Rates... Das ist ja mega populär, oder? Richtig... Aber die wenigsten... Da dringend ein SSD... Ist auch zu teuer, oder? Und du brauchst... Meistens Performance nicht... Weil du hast sowieso... Weiss auch nicht... Vier, fünf Festplatten drin... Und die teilen sich die ganze Last auf... Dann hast du auch wieder... Einen extremen Geschwindigkeitszuwachs... Ähm... Aber auf solche Archivlösungen... Werden wir wahrscheinlich mal... Einen anderen Mal eingehen... Das können wir sicher mal... Separat machen... Ähm... Jetzt einfach so... SSD gibt es auch... Viele verschiedene Sachen... Es gibt... SSDs... Die man anschliesst... Wie Festplatten... Wenn man jetzt einen normalen Computer hat... Ähm... Ja... Bei Mac... Im Moment müssen wir nicht mehr darüber reden... Da gibt es... Sozusagen nicht mehr... Dass man selber die SSD auswechseln kann... Bei Windows... Computer... Oder... Sagen wir einfach mal... Bei PCs... Gibt es... M2 auch noch... Das ist dann... Das sieht dann... Ein bisschen aus wie... So ein RAM-Regel... Den man auch... Direkt auf Festplatten... Äh... Aufs Motherboard verbauen... Und dann gibt es noch... Das ganz Geschnelle... Das sind dann die... PCI... Steckkarten... Kennst du die Steckkarten... Wie Grafikkarten zum Beispiel... Mhm... Und dann direkt auch... Aufs Mainboard draufsteckt... Das Motherboard... Und... Und... Wo halt wirklich... Irgendwie... Zehnmal so schnell sind... Wie eine... Wie eine normale Festplatte... Mhm... Vorher ist es irgendwie so gewesen... Die... So die billigsten... Ältesten SSDs... Die haben vielleicht... Zwei... Dreimal die Geschwindigkeit... Von einer Festplatte... Und jetzt sind wir wirklich... Schon bei so... Zehnfach... Und dann gibt es... Da kommt immer noch mehr... Also es ist... Sich immer noch mehr... Und dementsprechend sind dann die Preise... Okay... Und es ist ein bisschen kompliziert... Um dann gleich das Richtige zu finden... Aber... Ich kann wirklich so sagen... Wenn man eine Festplatte hat... Und man braucht etwas Neues... Oder man merkt so... Man hat eigentlich gute Komponenten... Aber es ist immer noch langsam... Sollte man mal... In Betracht sein... Einfach eine SSD einzubauen... Man kann ja auch... Die SSD einbauen... Als... Quasi... Haupt... Hauptlaufwerk... Und die anderen immer noch dringelassen... Um das Ganze zu archivieren... Dato storage... Mhm... Man muss auch nicht... Wahnsinnig grosse kaufen... Also ich will jetzt nicht unbedingt... Gerade ein Terra kaufen... Es reicht... Wenn man 256... Oder 512 Gigabyte... Kauft... Eben... Für das System... Lange es... Für Programme auch... Und für die Daten... Wo man gerade damit arbeitet... In den meisten Fällen auch... Mhm... Ja... Und so kann man eigentlich... Schon ein wenig Geld sparen... Wenn man so ein wenig... Ja... Also ich würde sagen... Es hat also... Extrem... Gute Tipps... Und... Vor allem... Für all die... Die wie ich... Nicht so eine wahnsinnige Ahnung haben... Die dann immer dich fragen... Ähm... Ist vor allem auch... Echt ernüchternd... Dass... Eigentlich gar nicht so... Wahnsinnig viel... Ausgeben... Oder? Ja... Ähm... Das heisst... Cooler Produkt... Der schöne... IMac Pro... Der wird kommen... Genau... Power for Pros... Jetzt... Ja... Suggeriert ja... Suggeriert ja... Dass du dann... Oder... Du schaffst ja mit dem Computer... Dass du das auch brauchst... Und ich muss sagen... Ja... Macht an... Also wirklich so... Von diesen Daten... Nur dann eben... Also den 18 Core... Werden wir nie im Leben brauchen... Also ich nicht... Ist ein wenig over the top... Nur für Fotobearbeitung... Also ein wenig sehr... Over the top... Auch vom Preis... Ist wahrscheinlich auch für Videoschnitte... Over the top... Äh... Ja... Ähm... Mit dem neuen iOS 11... Ja... Quasi so ein... Augmented Reality Ding... Wird... Einführen... Vorgestellt... Mhm... Und äh... Ja... Wird kommen... Also... Ja... Auch eben... Künstliche Intelligenz... AI... Wichtiger... Also... Das... Gibt sicher eine sehr spannende Entwicklung... Aber eben... Für Normalsterbliche... Ist das Ding eigentlich... Absolut unnütz... Ja... Eben... Der meiste für Pros... Oder jetzt... Weiss man eigentlich nur nicht genau... Ab wann ist ein Pro... Ein Pro... Und was ist eigentlich... Was bedeutet Pro... Im Namen... Zum Beispiel... Das MacBook Pro... Das iPad Pro... Oder... Ja... Ja... Vielleicht gibt es jetzt mal... Das iPhone Pro... Ja... Wieso nicht? Ja... iPhone 7 Pro... Plus Pro... Mit... Mit ohne Display... Das iPhone 7 Plus Pro... Oder Bro... Ah nein... Es ist wahrscheinlich eher ein Bro... Ja... Ich würde sonst jetzt auch gerade... Das... Der Podcast damit so... Quasi... Ausklingen lassen... Du hast vielleicht noch... Etwas Schönes... Was du kannst... Zeigen... Ich habe noch... Product... Wie sagt man den? Pro... Dakt... Ein Pro-Dakt... Und zwar... Habe ich das da mitgebracht... Weil ich habe mir das jetzt gekauft... Ähm... Für die Ferien... Und zwar ist das... Ich muss es schnell in Gross zeigen... Auf dem schönen... Ja... Ich muss mich zuerst noch daran gewöhnen... Dass ich da jetzt kann... Wo ist es? Ah... Jetzt hätten wir doch noch länger... Wo ist es? Ah nein... Ah nein... Da habe ich es... Da... Warte jetzt... So... So... Und zwar ist das... Das Teil da... Das heisst... Was ist denn das? Patona Dual USB... Und zwar kann ich da meine Nikon Akkus... Per USB laden... Das heisst... Aber kein Kenner... Nur Nikon... Das ist schon nur für Nikon... Also das ist jetzt einfach Nikon Version... Ich... Bin nicht sicher... Aber ich glaube... Ähm... Ist es so... Dass... Bei Amazon gibt es eigentlich coole Sachen... Auch garantiert für Canon... Das habe ich nämlich gesehen... Aber... Ähm... Natürlich liefert Amazon nicht direkt in die Schweiz... Weil es ist ja Technik und Heu und Ho und Ha... Und dann habe ich halt... Nachher weiter gegoogelt... Und habe dann das Produkt da gefunden... Bei Fotokästli.ch... Cool... Und ähm... Ist auch nicht teuer gewesen... 22 Franken... Also voll easy... Und das äh... Befreit mich davon... Dass ich... Wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin... Und eigentlich nur 12 Volt... Strom in meinem Auto habe... Ähm... Zum müssen extra auf den Campingplatz fahren... Teurer Strom kaufen... Nur für meine Nikon Akkus laden... Was ich recht cool finde... Ähm... Kannst du gleichzeitig... Die Akkus... Also die zwei Akkus laden... Oder laden die nacheinander? Ähm... Ich habe es bis jetzt erst mit einem ausprobiert... Okay... Darum kann er das nicht sagen... Aber ich nehme an... Es laden einen nach dem anderen... Gut... Ähm... Ja... Soll ich noch etwas... Ähm... Ja... Ich habe noch etwas Kleines... Okay... Du hast noch etwas Kleines... Ich habe noch vergessen zu sagen... Auf meiner Recherche bin ich auf... Ein paar Seiten gestossen... Die wirklich noch recht gut sind... Gerade so... Wolltest du es sagen? Für... Nicht unbedingt... Okay... Also... Ja... Ähm... Wie man das Photoshop kann optimieren... Für Leistung... Und es gibt wirklich gute Tipps... Gerade eben das mit dem... Arbeitsspeicher... Mit dem... Was ich vorher erklärt habe... Das finden wir da dringend auch... Auch wie es aussieht... Und so weiter... Ähm... Ja... Der Film war... Das Biopic... Also Biopic... Ja... Über Stephen Hawking... Und er hat das Buch geschrieben... Ähm... Eine kurze Geschichte der Zeit... Und es geht so um... Ähm... Wie sagt man? Atomphysik? Nein... Ja... Also... Ja... Es geht so ein wenig um... Schwarze Materie... Und so weiter... Ja... Und das Buch hat mich mega interessiert... Ich habe es zwar noch nicht gelesen... Aber ich wollte mir das als Hörbuch ziehen... Auf Audible... Wo ich einen Account habe... Und dann habe ich mal reingelassen... Und dann liest das so ein Mann... So... Ganz normal vor... Mhm... Und ich habe mich so... Ab dem gestört... Dass der einfach so normal liest... Dass das... Das hat für mich nichts von Stephen Hawking... Stephen Hawking klingt wie ein Robot... Also was habe ich gemacht... Du hast das von Siri vorlesen lassen... Ich habe mir ein Buch gekauft... Abgeladen... Und mir das von der männlichen Siri Stimme... Sogar in der schlechteren Qualität... Extra... Vorlesen lassen... Okay... Das hat es also gebracht... Okay... Es ist also... Also das Erlebnis ist sicher besser gewesen... Aber es ist jetzt schon... Ein bisschen makaber... Es ist manchmal... Ja... Aber weisst du... Wenn du dich gewohnt bist... Wie jemand klingt... Und dann klingt er einfach so ganz anders... Es ist wie wenn du einen Bud Spencer Film... Und auf das Mal hat er eine andere Stimme... Das stimmt... Oder Schwarzenegger... Das geht einfach nicht... Oder den... Oder den... Bruce Willis... Ja... Mein Kollege... Mein... Haarkollege... Ist das nicht Sven Diesel? Ja... Genau... Genau... Okay... Willst du meine Sonnenbrille? Ja... Die... Irgendwo da rein... Ich hoffe... Ihr habt auch... So viel Freude gehabt... An diesem Podcast... Oder vielleicht... Einfach auch etwas gelernt... Ähm... Ja... Wäre cool... Wenn ihr uns... Ein bisschen Feedback gebt... So... Ab und zu... Weil... Wir werden uns nämlich... Zu Herzen nehmen... Wir haben jetzt sehr viel Zeit... Um das Feedback durchlesen... Und ein... Einflechten... Genau... In den Podcast... Weil... Weil... Wir gehen nämlich... Das erste Mal... In unserem Podcast... Äh... Wie sagt man... Dynastie... Äh... Gehen wir in eine Sommerpause... Und die wird... Acht Wochen sein... Das heisst... Wir werden nicht nur... Ein Podcast... Quasi... Nicht bringen... Während des Sommer... Sondern sogar noch... Zwei Wochen dranhängen... Bam... Yeah... Aber... Äh... Also... Wir sind wieder da... Am... 24. August... Wenn ich das... Ich habe gemeint... Am 19. August... Äh... Ich glaube... Am 24... Ich schaue nochmal... Das ist ja heute... Der 24. Juni... 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 Ich glaube... Es ist der 19. August... Dann sind wir wieder da... Wenn das ein Samstag ist... Und sonst ist es der 24. Am einzigsten... Es ist tatsächlich der 19. Gut... Du hast es recht... Es wird der 19. August sein... Und... Aber dass ihr... Nicht ganz alleine da steht... Nächste Podcast-Folge... Äh... Geben wir uns selber... Auch... Also... Auf die nächste Podcast-Folge... Geben wir uns... Quasi... A Challenge... Und zwar wird das... 1-1-1-1-Challenge sein... Ja... Und das ist etwas... Was wir wirklich gut im Sommer machen... Ja... Man kann es auch mehrmals machen, oder? Das kann man auch mehrmals machen... Aber was kann man eigentlich machen? Und wir laden euch sehr gerne ein... Macht doch mit... Und zwar... Ähm... Geht es darum... Begebt euch an einem Ort... Mit einer Kamera und einer Linse... Festbrennweite oder Zoom? Ist egal... Könnt ihr ja selber wählen... Okay... Äh... Und... Bleibt dort 1 Stunde... Also... Im... Also... Ja... Also ich würde jetzt sagen... Wir wollen jetzt irgendwo... Sagen wir mal so... Innerhalb von den gleichen 2 Quadratmetern... Oder so... Einfach nicht gross bewegen... Sondern... Bleibt irgendwo an einem Ort... Und äh... Versucht euch... In dieser Stunde... Möglichst viele coole Fotos... Einzufallen an... Äh... Ich meine... Da kann man ganz viele Sachen machen... Wenn ihr irgendwo in einen Park geht... Dann kann man Makroshots machen... Dann kann man... Leute fotografieren... Oder Vögel... Oder ich weiss doch auch nicht was... Lernt euch etwas einfallen... Und ähm... Ja... Nützt doch den Hashtag auf Instagram... F-S-T-1-1-1... F-S-T für Fotografie... Stammtisch... Und 1-1-1 für die Challenge... Und taggt die Fotos... Und dann können wir... Die Bilder vielleicht auch... Das nächste Mal... Dann da ein wenig... Schön anschauen... Und so... Wir suchen dann ein paar aus... Und äh... Wenn ihr... Keen Bock habt... Und nur... Wollen irgendwo in den Baden liegen... Und gar nichts machen... Und die Fotos... Ja gut... Ist vielleicht sowieso... Keine gute Idee... Mit der Fotokamera in den Baden zu gehen... Ja... Könnte schwierig werden... Auch vielleicht... F-K-K-Bereich... Wäre vielleicht... Gibt vielleicht Gescheides... Ja... Vielleicht auch nicht unbedingt... Auf den Flughafen... Auf den Flughafen... Du aber hey... Wieso sollen wir es einschränken... Machen was ihr wollt... Ja... Machen was ihr wollt... Was ihr für cool findet... Ja... Ich meine... Wenn ihr abgeholt werdet... Von der Polizei... Gibt es vielleicht auch coole Fotos... Ja... Es ist... 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 Genau... Es ist ja langweilig... Auf jeden Fall... Werden wir... Unsere Bilder... Das nächste Mal... Sicher ansehen... Die werdet ihr auch... Auf Instagram... Twitter... Respektive... Instagram Handle... Ist ja auch... Bei uns... Im... Einblender... Und sonst... Findet ihr uns... Auf der Webseite... Oder... Ja... Also... Mein Handle ist eh klar... Ich heisse einfach... Sven Burkhard... Ihr findet mich so... Auf Instagram... Und... Ähm... Das ist ein bisschen komplizierter... Ja... Aber... Ähm... BAUX... Wir werden sowieso die... BAUX... BAUX... Ich kann ihn immer noch nicht auswendig... Yeah... Hashtag... Use the hashtag... Auf Instagram... Sehr gute Sache... Ja... Geniessen den Sommer... Wir machen es auch... Ja... Gute Zeit... Und hoffentlich sind ihr nachher auch wieder dabei... Wie mir... Wenn es wieder heisst... Fotografie-Stand-Tisch... Punkt CH... Ja... Tschüss... Wir haben...